Schönen guten Morgen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Craft Attack mit Eidem. So, weiter geht es mit diesem Mini-Adventskalender. Wir hatten gestern das Thema Weihnachtsmärkte. Das Thema heute ist auch sehr schön, glaube ich. Hoffe ich. Es tut mir immer so ein bisschen leid für die Leute, die so mit Weihnachten und all dem drumherum gar nichts zu tun haben. Aber ich denke gerade zu so einem Art Adventskalender, zu der Zeit gehört das so ein bisschen mit dazu. Meinst du jetzt die Grinch so ein bisschen oder meinst du die Leute, die einfach religiös nichts damit zu tun haben? Genau, die gar nichts damit zu tun haben. Also die das auch nicht feiern oder sonstiges. Also wirklich fernab davon sind. Weil heute haben wir nämlich, was gibt es zu Weihnachten zu essen? Weihnachtsessen. Was Besonderes oder was Klassisches? Wir hatten das Thema letztes Jahr im Stream mit Maru und so. Und da gibt es dann sowas wie Sauerkraut und Würstchen oder so. Aber das ist für mich kein Weihnachtsessen. Entschuldigt. Das ist, das soll wohl auch normal sein. Es ist ein super schwieriges Ding. Aber das ist für mich, glaube ich, kein Weihnachtsessen. Also ich weiß, dass es bei uns eine Zeit lang so war, dass wir ein sehr, sehr sporadisches Essen hatten. Ich will noch eine, da ist zu. Ganz kurz. Es müsste zu jetzt sein, theoretisch. Also hier jetzt drauf und dann müsste da die Plattform theoretisch zugehen. Was wolltest du sagen? Bei uns ist relativ sporadisch immer so gewesen. Die, du hast ein Essen genommen, das nicht zu lange zum Kochen gebraucht hat, damit die Person, die gekocht hat, entlastet war. Das war so das Ding, was bei uns immer geherrscht hat. Bedeutet, wir hatten dann zum Beispiel so Sachen wie Seitenwürstchen mit Kartoffelsalat oder sowas. Okay, okay. Also bei dir war das dann in der Hinsicht auch so? Also teilweise, es gibt auch Situationen, wo das dann genau anders war. Also wenn ich zum Beispiel meine Tante und meinen Onkel nehme, die kochen zum Beispiel super gerne. Und die nehmen das dann ganz gerne als Anlass, um wirklich richtige Schlemmermahlzeiten für sich zu kochen. Und auch für die Gäste, die dann eben kommen. Mein Vater wiederum auch wieder sehr, sehr im weihnachtlichen Feeling. Will auch jetzt aktiver kochen, seitdem wir ausgezogen sind, wenn wir halt eben jetzt zu Weihnachten irgendwie zu Besuch kommen. Und ja, also im Endeffekt scheiden sich da so ein bisschen die Geister bei uns, weil bei meiner Mutter zum Beispiel wäre es jetzt komplett gang und gäbe, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein sehr, sehr einfaches Essen, wenn meine Mutter zu Besuch sind. Einfach damit sie nichts vorbereiten muss, damit jeder was für seine Art vom Fest hat. In Anführungszeichen. Wir feiern es ja auch nicht auf religiöser Basis oder sowas, sondern wir feiern es ja einfach nur so was können. Also können wir blaues Glas holen? Ja, das wollte ich noch vorschlagen. Aber vorher machen wir hier mal ganz kurz aus Leuchteritis. Dann haue ich mal hier schon mal die Fenster rein. Ja. Willst du das nicht lieber sporadisch machen? Also so, dass das nicht komplette Flächen sind, sondern dass wir so zwischendrin ein Fensterchen drin haben, wo wir, wo man durchgucken kann? Hm, kann ich hier runterfallen, wenn ich slide? Nee, ne? Nee, wenn du slide ist nicht, solange du das Schiff drückst, hörst. Ich glaube, ich würde die ganze Front nehmen. Okay. Wir müssen noch einen Weg nach unten bauen. Also bei uns ist das Weihnachtsessen wahrscheinlich, also das dauert Stunden zum Vorbereiten. Also bei uns ist das riesig. Es gibt gefühlt drei unterschiedliche Braten, Kartoffeln. Alles, was du dir mit Kartoffeln in Kombination vorstellen kannst, an Soßen. Ähm, also der Tisch ist voll und würde locker für 30 Leute reichen. Okay. Zum, 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 also wirklich alle Braten, die du dir vorstellen kannst, die mit Weihnachten zu tun haben. Äh, es ist so viel. Also Weihnachten wird, wir sind ja damals, nicht heute, aber damals sind wir ja jeden Sonntag, also nicht jeden Sonntag, äh, immer zu Weihnachten, äh, in die Kirche gegangen. Und, äh, derjenige oder diejenigen, die gekocht haben, waren halt nicht da. Und das war so, bevor wir in die Kirche gegangen sind, wurde zwar schon angefangen, weil es dauert den ganzen Tag. Also die, mein Onkel und meine Mutter sitzen seit, äh, morgens dran mit Kochen und Fettig machen. Und wenn wir dann abends in die Kirche gegangen sind und wieder kamen, dann gab's Essen. So, das war das große Highlight. Das war schon krass. Bei uns gab's wirklich, wirklich viel zu essen. Es ist halt auch eine coole Geschichte, wenn es da ein gutes Futter gibt. Hat keiner gesehen. Es ist auch nichts passiert. Also es ist wirklich gar nichts kaputt gegangen. Nur Erde. Gar nichts, nur Erde. Google ist vielleicht leicht zu klein. Leicht zu klein. Ja, ich würde sagen, es sieht nämlich aus wie so ein, so ein Star Wars Ding, was da durchsteht. So ein Star Wars Ding, das da durchsteht? Es sieht aus wie so ein Raumschiff. Raumschiff, ne, mein Lieber. Also mal das Raumschiff, ne. Aber wenn da jetzt noch die richtigen Flügel oder so an der Seite dran sind, ist das Ding fertig. Oh ja, ein TIE Fighter könnte es werden, ja. Ähm, bekommen wir ihn. Schaffen wir das. Dazu brauchen wir aber blaues Glas. Würde ich sagen. Dann holen wir nochmal eine Ladung blaues Glas. Kommst du mit, weil dann wissen wir einfach, welchen Farbton wir vom blauen Glas her nehmen sollten, weil ich würde zu hellblauem tendieren. Also das ist bei uns wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Essen zu Weihnachten ist, für mich, also ich selber, ich persönlich wünsche mir zu Weihnachten ja auch schon seit Jahren nichts mehr. Ja. Ich bekomme natürlich immer irgendwas, manchmal nützliche Sachen, manchmal lustige Sachen oder sonstiges. Ähm, aber ich wünsche mir nichts. Also es gibt schon sehr lange nichts, wo ich gesagt habe, das möchte ich gerne zu Weihnachten haben. Das war damals, hat man sich natürlich mal, ne, ich hab mir die N64, hab ich mir damals als Kind zu Weihnachten gewünscht und so solche Sachen, okay. Aber heutzutage wünsche ich mir nichts mehr. Und das, worauf ich mich am meisten freue, ist, ah, wie andere Leute meine Geschenke auspacken und das Essen. Also das Weihnachtsessen ist es halt. Ja. Da, da wird zugeschlagen. Bin ich, glaube ich, zu sehr cringe für, um mich auf das Essen zu freuen. Kann das sein? Wieso cringe? Na hier so der grüne Fellhabende, ne, also nicht so. Grinch, das ist aber nicht der Cringe. Ne, ich mein hier den, ja, ja, der Grinch, ich mein schon den Grinch. Der Grinch, Alter. Ja, das ist so cringy, dass du das so cool findest und so. Ne, ne, das ist nicht das, was ich meine. Ähm, ich bin da so ein bisschen der Anti-Weihnachtshaber, was solche Sachen angeht. Also das Familiäre, also das Essen im familiären Rahmen ist halt cool, solange der familiäre Rahmen cool ist, indem du das zu dir nimmst. Und, ähm, das ist halt immer wieder so ein bisschen schwierig, wenn man die Leute immer nur zu solchen Festen sieht, nachdem man ausgezogen ist, ne. Also, das war schon eine Zeit theoretisch bei mir her, seitdem ich mit meinen Eltern zusammengewohnt habe. Und das ist dann immer auch so eine... Hellblaues. Hellblaues. Und, äh, um Aussehen her, okay, dann nehmen wir Lapis Baloui und wir nehmen, würde ich auch noch den anderen. Blue Dye, 1, 2, 3, 4. Müsste 8 davon. Also, das hier? Ja. Verbindung damit. Ja, sehe ich auch. Brauchen wir ein paar mehr. Brauchen wir nur eine Paramere, bedeutet erst einmal Steine weg. Hast du so eine Müllbox oder so? Oder einen Mülleimer? Ne. Wieso, was hast du denn? Dann kannst du es einfach droppen, dann sollte ich es ein. Ja, gerade bei Phantommembranen, da sehe ich mich, ey. Kein Problem. Ich lese ein bisschen in deiner Bibliothek, ja? Jojo. So, das nehme ich. Kleine mir das aus. Dinge, die ich, die man wusste. Es ist ja relativ egal, 99% der Bücher, die ich hier jetzt gerade habe, habe ich mittlerweile Villager für. In meiner Enderchest. Wieso, wie viel brauchst du so? Bist du zu Weihnachten eine eigene Rüstung, oder was? Ja, eine verzauerte Dier-Rüstung hätte ich gerne. Dann kannst du mittlerweile bei Sparky kaufen mit Diamanten, eine Rüstung, die billiger ist. Kann ich ja auch bei Balouli klauen? Ne, Balouli spielt zu wenig dafür. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, so. So, armer Leute, zu Hause. Die Folge ist noch nicht vorbei, keine Angst, wir müssen ja nochmal umbauen und alles. Aber lasst uns doch mal wissen, wie sieht es bei euch aus? Was gibt es bei euch zu essen? Selbst wenn, ne, bei Maru, wie gesagt, ist ja irgendwie so normal Sauerkraut, Würstchen oder so. Ist ja alles egal, ist ja alles cool. Ist ja irgendwie einfach, ne, wie die Familie zusammen sitzt. Wie sieht es bei euch aus? Was gibt es bei euch zu essen? Habt ihr überhaupt ein Weihnachtsessen? So, oder was? Wie war das damals? Erzählt uns, was ihr erzählen wollt. Schreibt es gerne in die Kommentare. So, wo bleibst du? Hi. Was denn? Es war so klar, dass es irgendwann passiert. Okay, ähm, wir brauchen mehr Glas. Wo kriegen wir das? Hier bei meinen Villagen. Du musst ja nicht mehr fahren bei mir. Ich weiß nicht, wo die waren. Du musst in diesen Dreck-Eingang rein, theoretisch. Hä, ich war doch gerade in deinem Haus. Das, was du bringst, nur mein Übergangshaus, du Flexer, du. Oh mein Gott, der war trotzdem. Der war in Ordnung, ja. Ja, der. Wo ist es denn? Also jetzt ehrlich, ich bin da ja gerade auch schon durchgelaufen, weil ich ja da einmal drin war. Wo war denn das? Kann ich einfach der Bahnschiene folgen? Wahrscheinlich, oder? Äh, ja. Ich bin aber schon fertig. Ich glaube, der war ein Witz mit dem Hausverfolgen. Ja, ist aber wirklich nur ein Übergangshaus. Hätte er auch einfach nur reingehen sollen. Wow, kennst du eigentlich schon Bob? Sag mal, Bob. Man kann hier gar nicht springen, außer man hat das richtige Teil. Hier unten ist Bob. Das ist Umschulungsbeauftragter, Supervisor Bob. Der ist dazu da, meine Zombies, äh, meine Villager zu zombifizieren, damit ich sie heilen kann, damit sie mir bessere Discounts geben. Nice. Voll gut. Das geht irgendwie nur zweimal oder so, ne? Das geht mehrmals. Was ist das hier für ein Mitarbeiter? Das ist kein Mitarbeiter. Der ist einfach so unterwegs hier. Weiß nicht, warum da jetzt... Bei mir sind irgendwie drei davon gerade gespawnt. Ich weiß nicht, warum. Die bringen auch Lamas und so mit, aber die despawn nach einer Zeit. So. Light Blue Stain Class haben wir jetzt ein bisschen was. Das passt. Beauty, booty. Aber sehr nice. Ja, bin da. Let's go. Let's go. Nee, aber vom Futter her... Ähm, wir hatten früher, wo wir noch zusammen gewohnt haben auch teilweise, hatten wir auch mal Tage, wo wir gesagt haben, okay, die Kinder dürfen das kochen, was sie mittlerweile gelernt haben. So nach dem Motto. Ich habe ja... Mein Vater hatte ja sehr, sehr lange Restaurants und sowas. Ich habe dann irgendwann von ihm halt auch gelernt, das ein oder andere Gericht zuzubereiten. Ich bin jetzt kein Profi im Kochen oder sowas, aber ich kann halt Sachen wie panierte Schnitzel oder sowas machen. Das durfte ich dann zum Beispiel mal machen. Ähm, oder meine Schwester hatte dann irgendwie Hackfleisch in Paprika. So diese, diese, ich weiß nicht, wie man die nennt. Also so Fleisch in Paprika gemacht und sowas. Ja, kann man aber... Ähm, das waren halt so Sachen, die wir dann nach einer Zeit zwischendrin mal gemacht hatten, um es so ein bisschen zu variieren. Aber normalerweise war es in einer Zeit so, dass es relativ gleich geblieben ist. Also dass es wirklich so war, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir gucken, dass wir das machen, was am wenigsten Aufwand braucht. Damit die Person, die halt das Essen machen muss, am meisten entlastet ist. Ja, kann ich verstehen. So, ich habe gerade nochmal versucht, einen Blick auf das Ding zu kriegen. Leute, schreibt uns eure Geschichten gerne in die Kommentare. Und wir hören uns morgen auch schon wieder mit dem nächsten kleinen Thema. Schaut bei allem vorbei. Habt einen schönen Tag. Und bis... Ciao. Brrraung!